Gestern noch in der Schweiz, heute hier in Manaus. Es ist Freitagnachmittag, wir sind angekommen und haben jetzt etwas gegessen. Manaus ist die Stadt hier mitten im Amazonas. Es sind rund 2 Millionen Einwohner. Es gab eine Zeit, als sie richtig reich war, zum Baum des Kaltschuk. Es wurde auch die berühmte Oper gebaut in Manaus. Heute ist es eine geschäftige Stadt, hier mitten im Zentrum des Regenwalds. Es ist warm, es ist nicht unangenehm warm. Ich bin also sehr erstaunt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es schlimmer ist. Es ist etwas über 30 Grad. Die Luftweuchtigkeit hält sich heute in Grenzen. Zwischen hinein tröpfelt sich etwas. Jetzt scheint gerade wieder die Sonne. Es ist sehr abwechslungsreich. Wir verbringen jetzt den heutigen Nachmittag hier. Am Abend wollen wir ein Gurasco essen, Fleisch spiessen. Und morgen ganz früh, und hier im Morgen, geht es dann weiter auf die Lodge Agua Boa. Es ist Abend. Wir sind jetzt in Gurasiria. und essen hier vom Grill. Es funktioniert so, sie bringen sie spiessen und schneiden einfach ab vom Fleisch. So viel und so lange wie man will. Es gibt Bullenherz, es gibt Eiss, Schafe, Winze. Es gibt Hühnerherz, Hühnerscheiken. Es gibt einfach so lange und so viel, wie man mal essen. Hier sind sie auf dem grossen Grill und es machte das für uns vorzunehmen. Es ist ein wunderbarer Abend. Und Freien ist natürlich, wir kommen von morgen in Garten. Dabei geht's, Untertitelung des ZDF, 2020